Hallo Leute, Belgien ist mir immer Berg am Start und heute bin ich bei meiner Oma, wie ihr seht, Baustelle und so weiter. Auf jeden Fall habe ich gerade so ein Spray gefunden, nicht viel Bremsen und so, aber das haben jetzt leider meine Freunde. Gerade machen wir noch ein Video, das ist ein Mädchen auch. Auf jeden Fall, Leute, was ich sagen wollte, heute ist das ein bisschen ernst, weil meine Freundin kommt ja heute nicht raus. Ja, das ist ein bisschen schade, weil das ist so nütig. Wieso sagen wir mal, das ist so nütig, ach egal, einfach so nütig. Jetzt sind wir jetzt auch ein bisschen, wenn ich ein Video sagen, Leute, hier ist gerade sehr gut, aber ich mache das Video auch selber. Und da haben wir eigentlich meine Freunde entschieden, also ich wollte mit denen praktisch ein Video machen, aber es ist so scheiße, weil die sagen immer, scheiße Dings, ich habe ja ein Video gemacht. Entschuldigung, wenn er wollte, dass ich das kann, aber es ist nicht geil, wenn ich dann noch ein Video machen kann. Aber ich war es nicht geil, dann habe ich gesagt, ich bin ein Video. Entschuldigung, wir müssen nicht, wenn ich dann noch eine Frage mache, dann muss ich das nicht. Okay. Und ich habe sagen, Leute, heute hatte ich irgendwas vor, aber ich weiß nicht was, ob es okay, auf jeden Fall geben, gehen wir jetzt mal. Also, ich hoffe, es geht jetzt auch nicht. Leute, auf jeden Fall, jetzt was kommt in der Szene. Leute, wie gesagt, in die Positionen, da konnten wir nicht reingehen, das ist ein großer Geschmack. Und natürlich, es ist ein Schleif, ich mache mir leid, aber es steuert euch. Weil, ich habe gestern hier übernachtet. Aber, Alter, ich komme von zwei, zwei, zwei mehr. Ich weiß nicht, ob ihr kennt oder so, aber ich komme von zwei. Zeit ist da jetzt spielen. Zeit ist da jetzt spielen. Warum? Und einmal kommt es los. Oh, scheiße. Leute, ich spiele hier mit uns, geht es nicht. Ich habe mir zu vergessen. Okay, Leute, ich habe mir nicht geschlossen. Was ist denn der Kuss? Leute, ich weiß nicht, ich war ein Roller. Leute, auf jeden Fall war es ein Roller. Ich war gerade eben hier. Leute, ich weiß nicht. Einmal, ich tue meine Freundin. Und hier putze. Guck mal, hier war das Gip auf. Und dann wieder zu, gell. Und Leute, später vielleicht schon mal wieder etwas Interessantes. Ich konnte gerade wie ich es machen. Jonas, am Jury, du bist der Beste. Ich bin nur die, du bist der Beste. Ich bin nur die drüge, du bist der Beste. Aber, ich weiß nicht, dass ich das. Also, ich bin nur die Brüste. Ich bin schon dabei. Ich bin schon dabei. Der hat uns auch in Roller, oder? Ich bin nur da. 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 Das ist ja gut, dass es nicht dabei ist. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Das ist ja gut. Was? Was sind die jetzt? Was ist ein Arschloß? Leute, ey, holen Sie uns! Mach doch hier auch Kini-Streich! Komm! Marco! Ja, ich habe keine Ahnung, dass der Mann euch gesehen hat! Da und! Wo ist diese Panzer da? Ja, ich habe keine Ahnung, dass der Mann euch gesehen hat! Ja, ich habe keine Ahnung, dass der Mann euch gesehen hat! Hallo! Hallo, das ist Nicola Steinfeld! packen sie mal, sie haben ja auch nicht oh sie machen ja ein bisschen der schnelleren nein, oh man sieht ja die blauen schweiß so ich bin in einem Spielschweiß 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 vielleicht hat er auf jeden Fall 20 Stunden Wenn wir es machen, schenke ich euch PSB oder ein LaLiga Ball und Abonnenten nicht vergessen.